Komme ich dahin? Durch diesen Schacht? Nein, weil hier das Wasser zu tief steht. Ich bekomme keinen Squat hier in diesen Schacht rein. Außer ich channele von hier. Nee, und ich komme da nicht durch. Der Schacht ist auch auf 7. Schade. Das Wasser ist zu hoch. Hallo J.D. Dorian, schön, dass du da bist. Ich müsste also neu rankommen. Ich müsste einen neuen Weg dahin graben. Auch wieder mit Wasser. Nicht ganz so viel Wasser. Ich müsste das Wasser abstellbar machen. Ich grabe mich erstmal hier ran. Erstmal den eigentlichen Plan verfolgen. Das ist nicht mehr weit. Wir können ja hier schon einfach buddeln. Jetzt kommen irgendwelche Miner. Graben das hier. So, mach das mal hier so gleichmäßig. Ist ja schön aussehen. So. Also die Ebene hier unten. Die zwei Felder sind mir egal. Ist das schon hier ein Zwerg verbrannt? Nein, da brennt ein Diamant. Okay. Da kommen wir gar nicht hin. So viel mag man auch im Weg. Komm ich trotzdem hin, oder? Ja, ich bin gerade noch ein bisschen unschlüssig. Wie gesagt, ich will irgendwie in die Unterwelt jetzt nochmal kommen. Also über einen anderen Weg irgendwie in Richtung Unterwelt kommen. Das ignorieren wir jetzt erstmal nochmal, weil das ist doof. Jetzt muss es aber nicht sein. Na komm. Grabt ihr mal so weit ihr könnt. Oh nein. Ah, da ist noch Feuer. Kein Vieh. Okay, das war nur eine Feuerfalle. Sozusagen. Brenner ist nicht schlimm. Zwerg brennt. Alles in Ordnung. Besser als diese Feuerviecher. Die Feuerviecher sind hart. So ein brennender Zwerg ist okay. Der steht jetzt da, brennt ein bisschen vor sich hin. Danach geht das wieder. Ein bisschen Magma. Weniger gut. Nächster Miner tot. Da wären wir wieder bei dem Thema, warum die Arzt werden wollen. Einer nur. Einer nur, ne? Gut, dann tun wir wieder was für unseren Counter. Wir haben uns ja um einen, einen haben wir uns beim Counter Ja schon geschummelt. Weil die Leiche wird nirgendswo gefunden. Die wurde vaporisiert. Die Leiche ist weg. Die findet keiner. Die hat es nie gegeben. So. Und vor manchen sieht man nur Hose. Naja, was soll's. Ach, Vanille. Schön, dass du da bist. Moin. Das ist bestimmt grammatikalisch total richtig, was du da geschrieben hast. Selbst wenn nicht, ich könnte es nicht beurteilen. Ich habe nämlich heute mit Erschrecken festgestellt, dass heute meine letzte YouTube-Folge für etwa Fortress veröffentlicht wurde, die ich vor meinem Urlaub noch vorbereitet hatte. Tschüss, Tschüss, Zwerge. Nochmal zwei, ne? Das wäre ja bei der Bezeichnung Verbrauchsgütern, ne? Ach, Kacke. Ach, Kacke. Ein Affenmonster. Die Elbenmonster waren nicht gut, waren nicht stark, oder? Ich weiß es nicht. Bewegung! Rettet die Gilden! Lau! Lau! Deswegen mach ich das halt normalerweise nicht. Bist du schon tot? Okay, Feierabend. Das Affenmonster hat sich selbst umgebracht. Kann jemand den blutenden Miner retten? Der saut dir alles zu! Oh nein, rettet jemand den Miner! Iiiiii! Kann das jemand wegputzen? Alter, wie viel Blut hat denn der? Ja... Platsch, 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 platsch... Das Krankenhaus ist ganz oben. 120 Ebenen höher ist das Krankenhaus. Ich glaube, das ist eine... Oh! Aber direkt dazwischen wird das Blut schon wieder weggeputzt, ne? Das können wir nicht so dreckig lassen. Der hat zwar auf dem Weg dahin, keine Ahnung, 300 Liter verloren, aber er war auf einem guten Weg. Wer kann nochmal auf die Idee, das Krankenhaus hier ganz oben hinzusetzen, auf Ebene 8 und hier unten auf Ebene 114, die Leute sich verletzen zu lassen? Ich bin ein Profi. Das ist egal. Das Krankenhaus ist halt da oben. Der Miner wurde tot gefunden, das ist gut, wenn plötzlich so eine blutende Leiche da halt mitten in der großen Halle liegt, dann wird die halt auch gefunden. Haben wir wieder was für unseren Counter. Lassen wir da auch liegen, alles ist gut, nichts ist passiert. Ich habe mir die Zahl vom Anfang des Streams nicht gemerkt. Ich glaube, das ist ein zweites Krankenhaus. Dann brauchen wir auch noch mehr Ärzte und Platz. Außerdem würde das ja suggerieren, dass mir meine Zwerge am Herzen liegen würden. Und das glaubt mir doch eh keiner. Ich rampe, ich wollte channellen. Wir diggen uns jetzt mal ein paar Löcher. Der Stand der Dinge. Wir graben uns runter. Der eigentliche Plan, ja was ist, haben wir einen eigentlichen Plan? Gut, der aktuelle Plan ist eigentlich Besiedeln der Unterwelt. Ich möchte gerne die Unterwelt besiedeln. Nein, bräuchte man nicht, aber gönnen wir unseren Zwergen ein zweites Krankenhaus. Alter, du gräbst dir doch jetzt wieder den Boden unter dem Arsch weg, oder? Ja, der ertrinkt doch dann gleich. Rette dich. Nein, der hat nicht gebuddelt, obwohl da jemand draufsteht? Das ist neu. Das glaubt doch auch keiner. Das gehört sich doch nicht. Das haben wir doch sonst nie gemacht. Da darf ich nicht channellen. Wir graben uns jetzt einmal wieder. Also, der eigentliche Plan sieht jetzt vor. Wir sind jetzt schon wieder tot. Oh, seit einer Woche vermisst. Wir haben auch irgendwie schon wieder einen weniger. Wo haben wir den denn jetzt schon wieder verloren? Wir hatten nur noch 568. Warum sind sie jetzt 167? Wer vermisst die denn? Golak und eine Schlange kämpfen. Hat die vielleicht jemanden umgebracht und ich hab's noch nicht mitbekommen? Nee, ne? Nein, alles okay. Hier jemanden klaut. Wer klaut denn hier noch was? Jemand hat Nuri geklaut. Jemand hat Nuri geklaut. Ihr könnt doch nicht Nuri klauen. Und das war eine Krone, ne? Die Zwergenknochenkrone. Ihr könnt doch nicht. Wer hat die geklaut? Du nicht. Alle Zwerge. Da. Willst du das? Hier ist es nicht der Tetragedriedkrone. Genau, du weinst. Ja, ihr Zwerge weinen immer. Okay. Wer klaut Nuri? Können sie aber die Überritzte von Nuri klauen? Verdammte Kacke. Wie soll ich die denn jetzt wiederfinden? Wir haben Nuri verloren. Die Königin ist aber nicht unsere Königin. Also eigentlich schon, aber offiziell haben wir keine mehr. Bierstübel, okay. Ja, wo kriege ich die denn jetzt? Das hilft mir nicht. J. Hab ich keinen. Du bist schon tot. Gut. Dann brauchen wir uns darum, wenn ich mich nicht viel darum kümmern. Ein paar Urteile in Abwesenheit. Ich glaube, das hat wahrscheinlich eher mit dem Plump Helm, als wegen den Pilzen zu tun, oder? Wir gucken erstmal den Duke an. Alte. Nein, du trägst zwar eine Krone, aber nicht unsere. Kann doch jetzt nicht alle unsere Gäste durchgehen. Wenn, wenn einer sowas, das ist ja meistens, danach sind es ja Gäste. Es wird ja meistens von einem unter Zwerge geklaut und an einem der Gäste übergeben. Elfen. Keiner traut Elfen. Der hat so viele Kronen, der wollte bestimmt noch eine haben. Nein. Es ist einfach nur bescheiden. Es ist das einzige Artefakt, auf das ich Wert lege, dass es bei uns bleiben würde, ist halt das. Weil es wurde aus Nuri gemacht. Ja, ihr seid auch hier. Ihr kommt doch gerade erst. Wir können auch zum Beispiel hier mal gucken. Wir können ja nicht einfach Nuri jetzt klauen lassen. Die Frage ist nur, wer hat den? Ganz viele Viecher. Das war ja schon bei Baron irgendwas. Ich gehe jetzt einfach mal alle durch. Das heißt nicht, dass einer das hat. So, das ist die. Das waren die beiden jetzt. Also. Die habe ich. Die beiden habe ich. Juck, weiß ich jetzt nicht. Brauchen Sie nochmal nachgucken. Wenn, dann sitzen die sowieso in der Apotheke. Oder ist es noch ein. Nee, in der Nähe war er nicht. Die direkt hierbei waren. Die habe ich geguckt. Ein Zwergenkind. Unwahrscheinlich. Vertrauen den Kindern. Hier sind ein paar mehr. Seid ihr einer von euch? Hört auf alle rum zu weinen. So schlimm ist es hier jetzt auch nicht. Was hast du jetzt? Blut wahrscheinlich überall. Fremdes Blut. Von dir irgendwas. Wahrscheinlich vielleicht doch am Weinen gewesen. Blut von dir. Blut von irgendwem. Ist okay. Du isst was. Aber nicht während du die Krone mit dir rum trägst. Hier sind wir wieder auf und alle rum zu weinen. Während ihr mit dem Blut von anderen Leuten beschmiert seid. Mensch. Stell dir doch nicht so an. Ach, ihr seid noch auf dem Weg hier. Nee, doch nicht. Ich kaufe jetzt von irgendwas. Nee, die hat damit ja nichts zu tun. Ich dachte gerade, ihr seid noch auf dem Weg wegen diesem Ape Monster. Ich werde. Ich werde die Nuri Krone leider nirgendwo so einfach finden. Es ist so hart, die Nuri Krone zu verlieren. Warum haben wir die nicht jemandem aufgesetzt? Okay. Nee, wir. F'd auf the quicksdow. F auf irgendwas. Das war jetzt aber hier da. Da müssen wir jetzt gucken. Ines irgendwas. Interrogate. Ines irgendwas. Frag den mal aus. es wird bestimmt das ist jetzt das nimmt mich jetzt wirklich mit auch wenn es nun artefakt ist und das verlieren von artefakten total normal ist aber es geht um den verlust von nur die rampe kann jetzt wahrscheinlich keiner graben weil sich da oben keiner draufstellen kann zum buddeln es ist einfach schade